Die Gaspreisbremse kommt. Der Bundeskanzler hat den Wumms, den Doppelwumms angekündigt. Insbesondere die Gaspreisbremse ist bisher ein Buch mit sieben Siegeln. Bisher gibt es keinen vernünftigen Plan für dieses Hilfspaket. Seit März diesen Jahres hören wir von der Regierung Duschtipps. Wir bekommen Anleitungen zum Stoßlüften. De facto muss man sagen, die Bundesregierung hat seit Frühjahr einfach Zeit zulasten der Bevölkerung verschwendet. Was ist bisher über dieses Entlastungspaket, insbesondere die Gaspreisbremse, denn eigentlich bekannt? Eigentlich nicht wirklich etwas Genaues. Nur es gibt irgendwie einen Abschlag zu Weihnachten. Der Rest soll die Bevölkerung im Frühjahr 2023 spüren. Die Gaspreisbremse soll 96 Milliarden Euro kosten. Eine historisch hohe Zahl. So viel Geld wurde noch nie für eine einzelne gezielte Maßnahme ausgegeben. Und was auch bekannt ist, dass diese Entlastung frei nach dem mittlerweile bekannten Gießkannenprinzip völlig ungerecht ist. Der Staat zahlt deutschen Gaskunden ihren Dezemberabschlag. Hier spielt es überhaupt keine Rolle, ob damit eine Villa zum Pool oder eine kleine Einzimmerwohnung von einem Rentner geheizt wird. Genauso ist es mit der Preisbremse, die im Frühjahr 2023 greifen soll. Es soll dann für eine Grundmenge an Gas nur 12 Cent pro Kilowattstunde fällig werden. Es wird also geschaut, so zumindest die ersten Spekulationen, wie viel Gas haben sie im Jahr 2021 verbraucht. Die Grundmenge soll voraussichtlich 70 oder 80 Prozent dieses Verbrauchs betragen. Und für diese Grundmenge müssen sie dann nur 12 Cent pro Kilowattstunde zahlen. Das gilt aber auch wieder für den Millionär mit Villa und Pool genauso wie für den armen Rentner mit seiner Einzimmerwohnung. Es gibt keine mengenmäßige Deckelung im Sinne von so und so viel Kilowattstunden. Nein, zugrunde gelegt werden soll der Verbrauch des Jahres 2021. Und die Grundmenge ist dann 70 oder 80 Prozent dieses Verbrauchs. Wie viel Prozent genau, steht bis heute noch nicht fest. Man kann also sagen, dass der Staat im Dezember Milliarden für den dann staatlich geheizten Swimmingpool ausgibt. Meiner Meinung nach eine Ungerechtigkeit, die ihresgleichen sucht. Die Steuergelder, die hier für nicht bedürftige Poolbesitzer verschwendet werden, hätte die Bundesregierung besser nehmen können, um auch Haushalte, die mit Öl oder mit Holzheizen zu entlasten. Diese Haushalte werden wie Rentner im Frühjahr bei der Energiepreispauschale völlig vergessen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bleib weiterhin für Sie am Ball. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.